Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht diesmal um die Kreisliga. Ich komme gerade von einem Kreisligaspiel und wollte das mal so ein bisschen analysieren und mal schauen, wie es da so gelaufen ist. Ja, dann legen wir am besten gleich los. Der Gegner hatte keine DWZ und war so, glaube ich, 24 oder so. Und genau, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er E4 spielt, weil die meisten halt gerade so etwas jüngeren Leute und 24 zähle ich jetzt mal noch dazu, auch eher so aggressiv spielen. Aber er hat zu meinem Verwundern D4 gespielt. Und gut, auf D4 spiele ich verschiedene Sachen. Entweder Springer F6, D5. Ich habe jetzt nicht mit Springer F6 entschieden, weil es so eine meiner Standardantworten ist. Auf dem kommt er halt dann meistens Slavisch oder sowas. Okay, er spielt aber sofort Läufer F4. Und da wissen wir natürlich schon, was abgeht. London ist angesagt. Und hier kenne ich mich eigentlich relativ gut aus, bis zu einem gewissen Punkt, je nachdem, wie man spielt. Also, ich habe D5 gespielt und wenn jetzt sowas kommt wie das, 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 das und dies. Und wenn er dieses Springer F3 so ein bisschen hinauszögert, dann bin ich mir aber nicht so im Klaren, wie das dann genau abläuft von der Zugfolge. Was aber passiert ist in der Partie ist, dass er hier sofort Springer, wenn ich das richtig sehe, genau, sofort Springer F3 gespielt hat und, ähm, naja gut, hier geht das ja dann über in solche Strukturen. Deshalb hier spiele ich eigentlich immer C5. Die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, und ich hatte mir die auch kurz gestellt, ist, was passiert eigentlich auf Nimmt? Ähm, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also, konkret, äh, weiß ich nicht, ob man nicht einfach den entwickeln kann und sagen kann, wenn du den machst, dann geht das nicht und man kann dann später noch den machen. Ich will natürlich immer den Läufer rausziehen, mir ist das nicht so ganz klar, das muss ich mir mal genauer angucken, ähm, in welcher Form das hier korrekt ist, ob man den spielen kann. Und ich weiß nicht, was der Computer sagt, das ist dann der Ausgleich, ne? Die Frage ist halt, was passiert denn, wenn er dann das irgendwie so vorbereitet hier? Und man macht den Läufer raus, dann steht man schon nicht so gut, ne? Das ist halt, man muss hier schon ein bisschen aufpassen, ähm, ob man hier auf A5 spielt, hm. Also, so ganz klar ist mir das immer nie, was eigentlich passiert, wenn hier rausgeschlagen wird. Der Computer, um das mal aufzulösen, sagt hier, man kann Springer C6 spielen und auf A3 muss man halt gleich E6 machen und dann, wenn der gespielt wird, dann, so, ja, okay, das ist natürlich, okay, das sind jetzt konkrete Lines, ne? Der hängt, dann, äh, das ist natürlich sehr wild hier, ne? Was der Computer hier sagt, ist natürlich sehr wild. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich wirklich spielen würde, wenn hier rausgeschlagen würde, jetzt schon an dem Punkt. Ähm, vielleicht kann man auch einfach das machen und sagt sich, man gewinnt den so, aber ich glaube, dann steht man auch nicht mehr, auch nicht im Ausgleich, ne? Ja, es geht natürlich, ist die sichere Sache, den zu gewinnen, aber gut, ähm, also, er nimmt nicht raus, er, ähm, hat an der Stelle, E3 gespielt. Und gut, er entspiele ich Springer C6. Also, wenn er jetzt nicht raus, gut, wenn er jetzt raus schlägt, wenn er vorher nicht rausgeschlagen hat und das macht er auch nicht, er spielt dann C3 und jetzt da mit B6, jetzt bin ich wieder in dieser normalen Line drin, die ich kenne. Hier gibt es jetzt verschiedene Züge, zum Beispiel der Zug ist ein Zug, dann gibt es noch, ähm, den Zug gibt es auch. Hier übrigens interessant, ich hatte schon mal so eine Stellung und das hier funktioniert nicht ganz. weil man jetzt hier schlagen kann. Das ist der einzige Zug für Weiß hier, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, wenn man jetzt hier nimmt, nimmt man hier wieder und nimmt, 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 irgendwie sowas und da steht Weiß durchaus in Ordnung. Ähm, ja, also das geht nicht, äh, nehmen geht erst recht nicht, ja, das funktioniert vorne und hinten nicht, jetzt hängt hier was, da gibt es auch keine guten Varianten und, äh, genau, diese Züge gibt es, diesen Zug gibt es, viel mehr habe ich eigentlich noch nicht gesehen, es gibt auch irgendwie so diesen Zug, aber ich glaube, dann kann man einfach hier hingehen und geht einfach aktiv rein, vielleicht nimmt man hier mal, äh, E3 und Läufer hier, äh, Turm hier hin, also das kann nicht schlecht sein. Gut, er macht, äh, Dame B6 und er macht Dame B3. Gut, jetzt bin ich genau in der Line drin, die ich kenne, das ist natürlich gut für mich, ich habe auch sehr schnell geblitzt alles, weil, da gab es nichts zu mir nachzudenken, ich kenne, ich weiß das ja, dass das ist und jetzt spiele ich hier halt immer C4, was auch korrekt ist, er nimmt raus, ich nicht raus und die Idee an der Stellung ist einfach, hier mit diesen Bauern, wenn möglich auch noch mit dem, hier gegen diesen Minoritätsangriff hier durchzuführen und hier, äh, hier reinzukrachen, ne? Ähm, die zweite Idee ist, diesen Läufer hier hinzubringen und dann später hier so, äh, sag ich mal, zu safen, weil diese Diagonale ist monströs gut und dann kommt man später mit, äh, mit solchen Ideen hier rein. Gut, ähm, jetzt muss ich mal kurz auf den Zettel gucken, damit ich hier keinen Unsinn erzähle. A-B, Springer D2, wo der entwickelt sich halt, ähm, und ich entwickle mich auch, ne? Ich will natürlich auf diese monströse Diagonale. Die Frage, die sich natürlich jetzt hier stellen, die habe ich mir auch ein bisschen in der Partie gestellt, was passiert jetzt auf den? Kann man denn so welche Geschichten hier machen? Wahrscheinlich nicht. Wir können es ja mal durchexerzieren, er greift an, wir gehen hier, er geht hier, schlagen, schlagen, ja, und dann muss ich, dann wird es unangenehm, ne? Weil, das sieht nicht so besonders aus hier. Ähm, weiß ich nicht. Das kann nicht so besonders gut sein. Ähm, vielleicht deshalb erst A6, ich bin mir nicht so sicher, was hier wirklich der beste Zug ist. Ähm, auf jeden Fall nicht E6. Vielleicht erst H6, um dann das zu machen. Ich hatte einfach mal gehofft, dass er das jetzt nicht macht, sondern weiter sich entwickelt. Aber wenn der kommt, ähm, der Computer würde, glaube ich, dann hier hingehen, dann takes, takes und der Springer steht saftig. Wahrscheinlich ist das eine Idee, ne? Wenn wir gehen hier hin, hier hin. Wenn er jetzt nehmen würde, dann hätte man hier einen Bombenspringer. Gut, er wird dann den ziehen, aber das schwächt natürlich Felder hier. Da geht man einfach zurück und sagt sich, du hast dich geschwächt. Äh, die Frage ist, was passiert denn oft, wenn er gleich den macht? Dann will ich ja nicht wirklich den spielen, weil er dann hier tauscht und danach hochiert und mein Bauer steht hier sehr komisch. Ähm, müsste wahrscheinlich zurückgehen und jetzt hätte er sowas erreicht. Die Frage, wie sieht das dann aus? Das ist aber immer noch Ausgleich, ne? Von daher hatte ich jetzt auch nicht so mega Angst. Auf den hätte ich dann wahrscheinlich den gezogen einfach. Und ich weiß, dass das noch irgendwie in Ordnung ist. Ähm, genau. Läufer F5 und er spielt Läufer E2. Er hat ja auch keine großen Felder. Er will rochieren und das Feld gibt es ja nicht mehr hier. Ähm, Läufer E2 und ja, jetzt ist halt die Frage, was man, äh, ich hatte viele Optionen. Es gibt einmal diese Idee und im Blitzen spiele ich das immer sofort a Tempo. Ähm, aber man will ja auch das verhindern. Das Problem ist, ich kann nicht E6 spielen, bevor nicht H6 gespielt ist, weil sonst geht der Läufer hier nicht weg. Wenn ich jetzt E6 spiele, dann kommt wirklich der und dann, äh, weiß ich nicht. Äh, könnte ich immer noch diese Idee spielen, aber, äh, ich mag so richtig, weiß ich nicht. Ich war da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, ob ich jetzt B5 spielen soll oder H6. Ähm, E6, viel, wollte ich irgendwie erst später spielen und ich weiß gar nicht, was habe ich eigentlich gespielt? Läufer E2, ich habe erst mal B5 gespielt. Ich wollte halt hier angreifen direkt, ne? Er hochiert, was ja logisch ist, er hat Läufer E2 gespielt und ich spiele jetzt auf jeden Fall H6 erst mal, weil ich will auf diese Sachen jetzt einfach sowas haben hier, ne? Und sagen, der Läufer geht hier nicht weg und ich versuche hier reinzukrachen, dann den zu spielen und hier hochzukommen und dann hier den Bauern anzugreifen, den hier anzugreifen, der hat auch keine guten Felder, der muss irgendwie ganz zurück. Also, das wird hier unangenehm für weiß, relativ zügig. Ähm, H6 gespielt und er spielt Springer E5. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, die Idee ist ja hier zu nehmen, aber das ist immer gar nicht so schlecht, finde ich. Also, wenn ich jetzt hier, sag ich mal, ähm, Springer E5, E6 habe ich auch gespielt, um den Läufer hier zu befreien. Außerdem, ähm, will ich auch B4, weil die Gefahr ist jetzt halt, dass er hier tauscht und dann ist B4, funktioniert erst mal nicht. Und deshalb erst mal E6 von mir, dass wenn er jetzt hier tauscht, dann kann ich immer noch B4 spielen, weil jetzt der Läufer hier hinguckt. Außerdem, es gibt auch mal Ideen, für mich immer mit C5 hier diese Struktur anzuknabbern. Ähm, deshalb hier an der Stelle E6 und er spielt Läufer F3. Läufer F3 war so ein Zug, wo ich dachte, das kann nicht gut sein. Ich habe ein bisschen versucht zu verstehen, was der soll. Er hat ja hier keine Perspektive. So richtig habe ich es nicht verstanden. Ich habe halt gedacht immer mal, okay, vielleicht will er mal irgendwie hier den angreifen, dass ich hier wegziehe, dass der dann hängt. So vielleicht. Aber so richtig konkret habe ich auch nicht gesehen, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Ich habe das erst mal eigentlich komplett ignoriert und habe B4 gespielt, weil es war ja mein Plan. Er kann immer noch zwischennehmen und dann nehme ich halt mit dem Läufer. Ähm, ich glaube, der Computer sagt hier irgendwas von G5. G5 verstehe ich aber nicht so ganz und das muss man ehrlich gesagt auch erst mal irgendwie äh, wollen, ne? Diese Struktur. Ich will, dass der König nicht so krass offen steht, ehrlich gesagt. Ist das nichts für mich. Ähm, er spielte, nur wir sind hier in der falschen Line, ne? Äh, E6, Läufer F3, genau, das muss ich mal zur Mainline machen, damit ich haut nicht mehr aus. Läufer F3 und ich spiele halt B4. Ich dachte mir, das ist ein komischer Zug. Ich weiß nicht, was der soll. Ich weiß auch nicht, warum er hier Platz macht. Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. ich habe wirklich versucht zu verstehen, was das soll, aber ich habe es nicht verstanden. Ähm, B4 ist klar, Minoritätsangriff, da muss man nicht viel überlegen. Er macht jetzt H3 nach einer Weile überlegen. H3 ist auch so ein Quatschzug. Das ist ja keine Drohung, ich gehe einfach zurück. Also H3 ist glaube ich so ein bisschen, vielleicht wollte er das aus der Stellung nehmen, aber das geht ja sowieso gerade nicht. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Auch H3, Läufer F3, glaube ich, sind Züge, wo ich mir sage, das ist zu viel Tempoverlust. Ich glaube, das war zu viel. Ich habe ja mit jedem Zug was erreicht hier. Jeder Zug hat bei mir einen Sinn gemacht. Der lässt den zurücklaufen, der macht den Minoritätsangriff. Ähm, ich weiß nicht, was das für Züge hier sind. Ich glaube, da hat er zu viel Zeit verloren. Ähm, H3, na gut, ich nehme raus, er nimmt raus, das ist klar. Und, äh, dann mache ich halt Läufer A3, ne? Die Idee ist, äh, den angreifen. Der hängt dann, er kann nicht hier hin, wegen dem Läufer. Und, ich dachte eigentlich, alles ist in Butter, ne? Und jetzt kommt er mit so einem Zug, wo ich mir dachte, was ist das denn, ne? Er macht Springer G4 und ich dachte mir, Springer G4, boah, was ist Springer G4, Digga? Ich musste erstmal ein bisschen überlegen, weil ich wollte natürlich, also, das Problem ist für ihn, dass das droht und dass er hier nicht hin kann, ne? Wegen dem Läufer. Das heißt, er wollte irgendwie den Läufer kümmern. Ich kann mir nur so viel erklären, dass Springer G4 irgendwie dem mit drohen will, damit hier, äh, die Diagonale dicht ist. So, naja, was machst du jetzt? Ähm, ich hatte mehrere Kandidatenzüge. Erste, erste Idee ist, okay, ich geh hier hin, aber das ist nicht gut, ne? Er nimmt raus, ich nehm raus, ähm, und dann geht er zurück. Der ist angegriffen und die Diagonale ist zu. Jetzt kann er auch mal den spielen und den Bauern angreifen. Ähm, jetzt muss ich schon mal den decken irgendwie, das wird schon unangenehm, ne? Äh, wie deckt man den jetzt? Ja, vielleicht deckt man den so und dann kommt der, ne? Ja, der Computer sagt hier, der weiß steht deutlich besser, ne? Das ist nicht gut gelaufen. Ich weiß nicht, äh, ist der Zug schon kaputt? Ne, wie sieht hier die Abfolge aus? DE, Läufer E2 und jetzt muss man mit Schwarz irgendwie F6 spielen. Ja, das ist natürlich, ja, F6 verhindert dann so ein bisschen hier, aber weiß ich nicht, äh, oder B5 ist natürlich auch eine Idee, um hier diesen Minoritätsangriff weiter vorzuführen. Ja, fand ich nicht so prickelnd irgendwie. Ähm, hier raus, den fand ich ebenso wenig prickelnd, weil jetzt, ähm, hat er genug Zeit, den hier zuzumachen. Wenn ich schlage, kann er wegen mir hier alles tauschen, ne? Und, ähm, ich hab hier den Bauern, der irgendwie fallen wird wahrscheinlich. Okay, ich muss B5 irgendwie einbringen, aber hier gibt's jetzt auch Schächer, der hängt dann schon mit Schach, da muss ich schon überlegen, was ich hier genau konkret mache. Hier gibt's dann auch nochmal einen Schach. Äh, da müsste ich, ja, das ist, also, das ist gar nicht so einfach konkret, ne? Gut, der ist gedeckt, aber das fand ich auch nicht so prickelnd irgendwie. Hier sagt der Computer, es geht aber für schwarz. Ähm, ich bin schon wieder in irgendeiner Line drin hier. Und, äh, ich weiß nicht, warum ich das immer zu einer Mainline machen muss, und was das ist. Okay, also, haben wir das jetzt richtig hier? Zack, zack, ja. und dann dachte ich, was ist eigentlich mit Springer H5? Springer H5 hat den Vorteil, meine Idee war, wenn er zurückgeht, also, er kann ja hier nicht hin, dann nehme ich einfach raus. Wenn er hier hingeht, habe ich ja Zeit für den. Und dann war mir nicht so ganz klar, was passiert, wenn er jetzt hier schlägt. Wenn ich wieder nehme, nimmt er hier. Ich würde hier nehmen, er nimmt hier. So, jetzt, äh, jetzt kracht's doch. Aber für ihn. Warum? Das muss man erst mal verstehen, ne? Er hat die wegen der Qualle, aber das ist alles scheinbar noch in Ordnung. Ähm, das Problem ist, dass das immer so in verschiedenen Varianten war. Also, was ist zum Beispiel, wenn er jetzt hier so fortnimmt? Dann hatte ich ursprünglich die Idee, den zu spielen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so gut, weil er jetzt, äh, weil er jetzt hier nimmt, ich nehme hier, er nimmt mit dem Springer zum Beispiel wieder und wir nehmen hier und das ist tatsächlich Ausgleich, obwohl ich eine Qualität mehr habe, wegen dem Läuferpaar wahrscheinlich, weil ich das Läuferpaar aufgegeben habe und er hat das Läuferpaar, das kompensiert hier unglaublich, ne? Das heißt, das ging, das geht nicht. Äh, was hatte ich noch gerechnet auf den Zug? Ähm, ja gut, solche Abzüge ist jetzt erstmal quatsch. Im Wesentlichen war der, Leerzug da, aber ich habe halt nicht gesehen, dass das irgendwie problematisch ist. Auf den, den, hatte ich auch mal, einfach Turmschlägt H6, Turm, warte mal, Turmschlägt H6, er nehme hier, ich nehme, er nimmt hier und dann Läufer B2, dann der, ach so, jetzt ist der, jetzt habe ich noch den Läufer und jetzt geht das wieder nicht, ja, okay. Ja, es war sehr kompliziert und ich habe ehrlich gesagt nichts gefunden, was mir nicht gefallen hat und habe deshalb diesen Zug auch einfach gespielt. Ähm, dann hatte ich das nicht gerade zur Mainline gemacht. Herrlich. Äh, und, ähm, genau, habe gesagt, den spiele ich, weil alles andere hatte irgendwie immer die Folge, dass er diese Diagonale zustopft und das hat mir nicht gefallen. Ähm, und natürlich jetzt hier irgendwie sowas zu spielen wie Rochade fand ich natürlich wild, weil dann wird er hier rausnehmen und dann ist die Struktur hier auch keine Scheiße, das wollte ich eigentlich auch nicht. Deshalb, äh, habe ich halt hier diesen gespielt und er spielt jetzt darauf, ähm, was hat er darauf gespielt? Jetzt habe ich so viel über die Varianten geredet, dass ich gar nicht mehr weiß, was da eigentlich abgegangen ist. Äh, Springer, Springer, H5, Läufer C7. Ja, Läufer C7 fand ich jetzt nicht kritisch, alles steht von mir auf weiß. Äh, wirklich fast alles. Ähm, was macht der Läufer jetzt hier konkret? Ich hatte halt immer Sorge, dass wenn der hier mal abzieht, der Kollege, also wenn ich jetzt hier irgendwie Dönickes mache, dass er hier abzieht, schlägt, schlägt und dann droht auch immer hier diese Bauerngabel, ne? Sehr unangenehme Geschichte, also das muss man auch aufpassen. Wenn er jetzt einfach hier irgendwie weggeht, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwie Nullzug gut hinkriege, wahrscheinlich nicht. Sagen wir mal, das ist ein Nullzug und dass er jetzt hier sozusagen solche Geschichten macht, nimmt, nimmt, äh, und dann muss ich hier aufpassen, aber, ähm, konkret ging das halt auch nicht, äh, aber man muss auf der Hut sein hier, ne? Man muss auf der Hut sein, Läufer C7 und auf Läufer C7 habe ich, äh, jetzt erstmal Läufer B2 gemacht. Das war ja die ganze Idee, dass ich so mit Tempo agiere, dass er nicht die Zeit hat, um diese Diagonale zuzumachen und ich dann Läufer B2 mache. Ja, Läufer B2, er hat jetzt, ähm, Läufer B2, er hat jetzt E4 gespielt, A Tempo so ein bisschen und ich dachte mir, ja, aber ich kriege ja jetzt erstmal hier einen Turm, so, ne? Also, ja, nicht? Also, hier kann man natürlich auch rausschlagen, schlagen, 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 aber ich dachte mir nur, wir nehmen erst den Turm einfach mit. Boom. Hier ist halt interessant, was passiert auf den, ne? Da habe ich mir auch überlegt. Dann würde ich hier schlagen, er schlägt hier, dann F schlägt, ähm, und dann, gut, dann hängt der, ne? Das ist der Trumpf an der Sache, weil wenn er nicht hängen würde, dann sieht das hier nämlich auch relativ löchrig aus, das ginge noch, deshalb habe ich gesehen, dass ich den einfach nehmen kann und er hat dann einfach mit Turm auch rausgenommen und ich habe jetzt, ähm, überlegt, ich wollte den Läufer eigentlich erstmal nicht so ohne weiteres hergeben und, äh, habe jetzt überlegt, wie ich wieder nehme oder was ich überhaupt mache. Also, einfach zurückgehen ist natürlich Quatsch, weil wenn er hier dann anfängt, äh, aktiv zu werden, dann ist das auch nicht besonders gut. Ähm, ich wollte den Läufer nicht abgeben, äh, also auch nicht so abgeben, ähm, obwohl das, äh, scheinbar okay ist. Und, ja, Sprenger G8, weiß ich nicht. Also, ich fand die, diese, ja, weh, weiß ich nicht, ja, man hat halt was, man hat was mehr, aber irgendwie, äh, war nicht so, mein, irgendwie fand ich das nicht gut. Ich hatte irgendwie Angst, dass die, dass ich noch einen Baum verliere und dass die, dass er, wenn ich das Läuferpaar abgebe, dass er durch das, äh, dass er irgendwie, achso, ja doch, dass er das Läuferpaar behält und ich dadurch, er dadurch Kompensation bekommt, ne. Deshalb wollte ich das nicht machen. Also habe ich hier so genommen und, äh, nach D schlägt E hat er mit dem Springer genommen. Ja, und hier habe ich ein bisschen überlegt, weil hier ist so ein bisschen, es sind so einige Sachen in der Luft, also zum Beispiel, dieses Schach ist hier in der Luft, was unangenehm sein könnte. Ich hatte als Kandidatenzüge den, oder den, um die Türme zu verbinden und hier mal anzugreifen. Also wir können ja mal kurz durchspielen, ich habe das selber noch nicht durchgespielt. Ähm, der zum Beispiel, da dachte ich, er kommt vielleicht mit so einem Schach hier an. Auf Takes, das sollte eigentlich in Ordnung sein, ne. Das sollte jetzt nicht großartig problematisch sein. Das heißt, ähm, hier ist die Frage, was ist mit, ähm, dem, ich nehme, er nimmt, das geht aber auch noch, ne, weil ich kann immer noch zwischennehmen. Also diese Gabel hier kommt nicht. Ähm, Läufer H2, einfach zurückgehen. Ja, genau, einfach zurückgehen, weil ich habe halt hier nie diese Fluchtfelder und dann ist die Frage, was muss ich machen, ne, und dann muss ich hier irgendwie rausschlagen. Äh, das war so ein Zug, das hier, ähm, ja, Springer D2 sagt er, ja, okay. Also das war mir auch, ich habe die nicht so gefühlt, diese Züge, ehrlich gesagt. Ähm, einfach, einfach hochhieren, tatsächlich habe ich auch überlegt, aber da hatte ich ein bisschen Sorge, dass er hier reinschlagen kann. Äh, wie ging es denn weiter hier? Dann hängt der, aber dann hängt halt auch der, ne. Naja, es ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber er hat immer noch das Läuferpaar, aber wir haben halt auch saftig was mehr, ne. Muss man auch mal so sehen, da hatte ich halt reingeknallt. Ähm, der Knisch sah mir so aus, als ob der da taktisch mal reinballern will, da hatte ich irgendwie keinen Bock. Hier in der Stellung habe ich, was habe ich da eigentlich gespielt, auf Springer E4, habe ich lange überlegt, da dachte ich mir, okay, ähm, ich will auch, dass er auch einen Läufer abgibt und dann, glaube ich, ist es nicht so schlimm. Das war so meine Hauptidee, dass, äh, ich ihm nicht das Läuferpaar überlasse und dann müsste ich mit der Qualle mehr ja gewinnen eigentlich, ne. deshalb habe ich letztendlich, glaube ich, hier geschlagen, er nimmt wieder und hier habe ich dann einfach die Bauerngabel gespielt. Mir war ja schon klar, dass er hier zwischennehmen kann, aber das, ähm, aber dann gibt er halt seinen Läufer ab und das ist auch passiert, ne. Er schlägt hier raus, ich schlage hier raus und hier in der Stellung dachte ich, ja, okay, ähm, er hat kein Läuferpaar mehr, er hat halt noch einen Läufer, ich habe eine Qualle mehr, die Bauern hier sind ein bisschen zersprengt, ähm, er ist halt dran und, ähm, das Problem ist, wie war das, F, äh, wieso, äh, ich mach, es macht mich fertig, ne. B schlägt C, genau. Und hier dachte ich halt so, ja, er hat hier schon, er kontrolliert hier schon einen Felder, weil man ja, ich würde mich natürlich gern idealerweise hier hinstellen, deck den Bauern zumindest noch, greift den an, ähm, aber auf den hätte er vielleicht den oder sowas, ähm, und dann ist es schon unangenehm, was auch möglich ist, ist, wenn mal sowas kommt, dann kann ich auch nicht hier gut davor gehen, weil erstens Drohnenabzüge, zweitens, äh, kracht es dann hier mit solchen Sachen schon ganz schön gewaltig und, ähm, also ich hatte damit gerechnet, dass er den spielt und dann ist die Frage, was mache ich jetzt hier eigentlich, ne. Der Bauer hängt, der Bauer hängt und, ähm, ich meine, ich muss noch irgendwie gut stehen, aber wie konkret geht es weiter, ne. Es gibt halt drei, die drei besten Züge, ja, der beste Zug ist, hier, Springer F, hier hätte ich wahrscheinlich auch gezogen und dann nach dem Motto, er nimmt hier raus, äh, achso, dann nimmt man den, ne. Kann er das noch verhindern irgendwie? Aber hier, genau, diese Geschichte hier gibt es natürlich, ähm, ist schon irgendwie in Ordnung, ne. Ähm, so, er spielt Turm B1 und ich denke mir so, ah ja, guck mal hier, er will jetzt hier, irgendwie, wenn ich jetzt D spiele, will er halt sowas machen, ne. Und dann, muss ich hier hingehen, er nimmt hier, ich nehme hier, aha. Und dachte mir, ja okay, also kann ich hier nicht einfach nehmen, ähm, wenn ich jetzt hier spiele, dann würde er hier hinspielen wahrscheinlich und, ja, greift halt wieder diese Bauern an und diesmal komme ich hier nicht hoch und greift den an. Ähm, die kann man lustigerweise einfach hochieren, sagt der Computer und auf Turm, äh, und ich dachte, er würde dann, achso, er hat halt keine Zweitürme, naja, kann nicht mit Zweitürmen auf die Reihe gehen. Äh, und hier würde er dann halt irgendeinen Bauern schlagen, zum Beispiel den und dann kann ich aber doch hier schlagen, weil das dann keine Drogen mehr ist, weil den tausche ich einfach raus. und habe immer noch eine Qualle mehr und das sollte dann halt mit einem Turm hier bei diesen ganzen offenen Linien besser gehen. Habe überlegt, was ich, äh, was ich jetzt hier spiele, ob ich den spiele, wenn er hier abtauscht, was passiert dann? Äh, aber das sollte auch in Ordnung sein. Und jetzt kann ich ja easy hier rangehen und die Bauern sogar beschützen, das sollte ja mit zwei Türmen gut machbar sein, wir greifen hier einfach diese ganzen Schwächen an und gut ist. Dann überlege ich so, dann stelle ich fest, er droht ja jetzt erst mal nicht einzügig, aber das ist ja keine Drohung, das ist auch keine Drohung und dann stelle ich fest, äh, Moment mal, hängt nicht einfach der Springer? Wieso macht der denn Turm B1? und dann nehme ich halt einfach den Springer raus, ne? Ja, und dann überlegt er so eine Minute und gibt auf. Ha, 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 ja. Helden der Kreisliga, es ist wirklich, äh, unglaublich, ne? Ich meine, ich stand jetzt nie schlechter, aber er hätte hier schon noch Sachen versuchen können, ne? Finde ich. Ja, man macht den, den, äh, sorry, den, ja, na gut, dann kann man wahrscheinlich, kann man den spielen? Den kann man schon wieder gar nicht spielen, ne? Was passiert hier drauf? Ah, hochade, guter Zug, ne? Ja, weil dann hängt der nicht hier wegen dem Turmverbund. Ja, also, der Blander hat es dann halt besiegelt von ihm. Ist jetzt nicht so, dass ich vorher schlechter stand, aber, äh, ja. Ich sag mal so, bis hierhin bin ich noch einigermaßen, äh, zufrieden gewesen. Den fand ich halt super komisch, gibt mir einfach Zeit. Ihr übrigens, ähm, der Computer sagt G5, ich verstehe es nicht, ich würde es auch nicht spielen, G5. Und jetzt H5. Also das, äh, ja gut, okay. Er macht den. Jetzt G4. H schlicht, H schlicht, Läufer E2. Hm, naja, gut. Und jetzt wahrscheinlich hier rüber und yalla, ne? Läufer E7, genau. Machen wir mal einen Quatschzug. Turm H7, noch einen Quatschzug. Und lange Hochhade, ne? Und die Türme hier reinbringen. Ja, ist eine Idee. Ist mir allerdings ein bisschen zu wild gewesen. Deshalb E6 war ich, äh, war ich mit B4 zufrieden. Hier gibt es einen Trick scheinbar. Springer C6. Man nimmt wieder. Ne, halt mal, ich bin der falsche Springer, oder? Ach, C6. Springer schlicht C6. Ne, das ist ja in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Aha. Wenn man hier nimmt, kommt das, ne? Hab ich natürlich nicht gesehen. Gut. B4. Ausgleich. Reden wir nicht drüber. Er macht einen unsinnigen Zug. Das muss gut sein. Läufer A3 muss gut sein. Hier tatsächlich der, einer der besten Züge. Ich weiß nicht, die Engine ist sich da ein bisschen unsicher, je länger die rechnet. Es geht auf, äh, ich mein, sie sagt einfach, hau hier aus. Weil auf HG machst du einfach trotzdem den. Wenn der kommt, na gut, der hängt halt immer noch, ne? Und jetzt sagt sie Turm A2. Naja, das ist natürlich, muss man erstmal durchrechnen, ne? Ähm, gut. Ich fand den aber auch nicht schlecht. Ähm, Ne, halt C7, ein bisschen komisch. Mein eigentlicher Plan umsetzen. Hier rausnehmen. Zack, zack, zack. Ja, hier notgedrungen irgendwie diese, diese Idee gesehen und einfach nur, dass ich abwickele in so eine Art Endspiel, was nicht schlecht ist, nicht wirklich schlechter für mich vielleicht sein kann. Weil er jetzt auch nicht mehr das Läuferpaar hat und das nicht kompensiert. Und, äh, er hat nur noch diese Figuren. Ähm, ich kann die Türme verbinden und sollte eigentlich gewinnen durch die Figur. So, ja, und dann stellt er es halt ein, ne? Dann stellt er es halt einfach ein. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Leider hat der Gegner keine Wertungszahl. Das heißt, dieser Sieg bringt wieder absolut überhaupt gar nichts. Ähm, hoffentlich gewinnt die Mannschaft noch, die spielt gerade noch. Man weiß es nicht. Äh, man sieht sich dann beim nächsten ODB-Spiel und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Abend oder sonstige Beschäftigung. Bis später.